jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal und wie ihr sehen könnt wir sind in dubai leute wir haben jetzt eingecheckt jetzt werden wir gleich wieder abgeholt jetzt geht es zum jazz gefahren dann geht es in so ein aquapark dann geht wieder zurück ins hotel und dann am abend zum weihnachtsmarkt und heute ist der 24 an alle die weihnachten feiern frohe weihnachten auf jeden fall feiert schön fest der liebe dies das frohe weihnachten auf jeden fall an alle die feiern und ja leute sind jetzt in dubai hier ist unser hotel ja zimmer zeige ich mir später auf jeden fall dann ich werde jetzt jeden tag einen blog machen und euch auf jeden fall jeden tag mitnehmen und ich freue mich auf jeden fall krank digga mies einfach dubai tschau die sonne knallt alle hier alle zusammen hallo 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 am jetski stand auf freundlich noch eine capri sonne und wasser bekommen und jetzt gibt es gleich fall gleich jetski leute ich freue mich ab über treben Leute, wir sind gerade Jets gefahren, das erste Mal, so Robert Eisner ruhig, boah, das ist geistig behindert geil, Alter, das ist einfach behindert geil, oh mein Gott, Leute, jeder, der es noch nicht gemacht hat, der muss das machen, es macht so Spaß, Alter. So Leute, wir sind jetzt im Waterpark, ja, jetzt schauen wir mal, was hier geht, aber ins Wasser kann ich leider die Kamera nicht mitnehmen, ja, mal schauen, ich war jetzt im Leben im Wasser, wie man es unschwer erkennen kann, an meinen Haaren, Alter, und jetzt sind wir am Strand, und jetzt gehen wir zum Restaurant. Also, wir sind jetzt beim Essen, wir warten gerade, jeder hat schon sein Getränk, wir warten nur noch aufs Essen selbst, jeder hat Burger, oder? Nein, ich habe typisch Tubaisch, 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 ich habe Schawafel oder Falafel und solche Sachen, Schwarma, Schwarma. Leute, alles schön und gutes Unternehmen, aber das Problem ist, wir sind gekommen ohne Schlaf, wir sind gekommen, sind direkt Jetski fahren gegangen, danach sind wir jetzt in diesem Atlantica, und jetzt gehen wir noch ins Aquarium, dann gehen wir ins Hotelzimmer, da zeige ich euch auch das Hotelzimmer, und danach gehen wir am Abend noch auf den Weihnachtsmarkt, und danach noch Geschenke, Geschenke, und dann war es das mit dem ersten Tag, also erster Eindruck Dubai, geil. Das ist eigentlich ganz schön. Auf ganz gesunder Basis, Pizza, Burger, Hot Tocs, Palafel, Fries, Cola, Palafel. Jetzt raus aus dem Schwimmbad, und drinnen im Aquarium, hier, Sea-Life-mäßig. Ja, man, die schwimmen alle in der gleichen Richtung. Bisschen Ballics betrachten, weissch? Alter, Leute, was ist denn das für ein Viech? Alter, das sieht aus wie ein Schildbrötchen-Fisch-Mixen. Boah, wie lange sind wir jetzt Taxi gefahren? 25 Minuten, 25 Minuten, und ich bin direkt eingepennt. Und danach ist... Schirn hat ungefähr 30 Sekunden braucht, und schon war er weg. Danach bin ich eingeschlafen, und dann ist Miley eingeschlafen. Miley eingeschlafen, ja, ohne Scheiß. Ja, das war keine Minute. Pfff, wir sind jetzt alle umgezogen. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt hier in Dubai. Die sind fix und fertig, wir sind in den Taxi gefahren, und wie gesagt, ich bin wieder eingeschlafen. Aber der Weihnachtsmarkt ist ganz cool hier. Und jetzt noch ein bisschen durchspürbar mal. Wir sind jetzt raus aus dem Weihnachtsmarkt. Wie war's, Miley? Cool. Aber Leute, scheiße, auf dem Weihnachtsmarkt, was sind hier für Autos unterwegs, gell? Gerade waren die zwei G63, dieser Truck aller Bombenautos. Hallo. Wir geben uns jetzt gleich die Geschenke, ich zeige euch jetzt noch mal das Zimmer. Hier kommt mal rein, hier ist das Bad. Geile Dusche auf jeden Fall. Dann hier ist Mama Miley. Miley Schriftier, hier schlafe ich. Und das war's auch schon drüben, ist dann von Robert und das gleiche Zimmer. Und hier der Ausblick auf die Hotelanlage. Wir gehen jetzt hoch, und jetzt gibt's Geschenke. So, Leute, das war's jetzt mit dem Video, mit dem ersten Vlog. Der erste Tag in Dubai. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bleibt auf jeden Fall aktiv. Die Tage kommen, oder morgen, ich weiß noch nicht, auf jeden Fall. Die Tage kommen auf jeden Fall, die nächsten Vlogs, jeden Tag in Dubai, einen Vlog. Bleibt aktiv, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.